ach es läuft ja schon so hallo und herzlich willkommen mal wieder auf dem schönen kanal angel readings schön dass du da bist schön dass du dich mir antust dass ich dass du dich mir antust dass ich du mir antust du verstehst schon was ich meine ich bin verwirrt ich habe mich jetzt hier gerade noch mein mikrofon hin weil im tagesquickie gestern ging mir der akku leer von der kamera und dann habe ich das mikro weg habe den akku gewechselt habe mich wieder hingesetzt und habe das mikro nicht mehr hin aber ich man kann mich noch so verstehen na ja meine lieben es ist ja mal wieder soweit ich mache ja einmal in der woche die spiegellegung liebe das ist jetzt wieder der fall das ist mein quasi mein bestseller mein meistgebuchtes reading für private legungen und das mache ich natürlich auch gerne einmal in der woche für die kollektivenergie na und wenn wir jetzt schon mal beim thema sind kollektivenergie sowohl ich als auch andere kartenleger ich bin ja gut vernetzt auf youtube bekommt immer wieder kommentare wie diese hier darf ich jetzt mal einblenden und auch mal kurz was dazu sagen die liebe claudia schreibt schade habe an kartenlegung geglaubt schaue dir seit seit monaten zu totaler blödsinn immer wieder sagst du er meldet sich ist noch im rückzug dann kommt wieder mal die schlange seit monaten ist nichts passiert liebe claudia ja es tut mir sehr leid was bei dir los ist wirklich aber ich muss dir natürlich auch unter wie anderen auch sagen dass es sich bei den legungen hier auf youtube um kollektiv legungen handelt das heißt ich mache ja vor persönlichen readings das ist für eine ganz bestimmte person nur für dich alleine eine meditation ich erhol mir die erlaubnis dass ich an die energie ran darf von dir von dem wunschpartner das ist dann ein reading ganz persönlich nur für dich ja also da geht es nur um deine ganz persönliche situation und ich denke wenn du ein reading buchst bei einem kartenleger bei mir oder bei irgendjemandem anderen wo du sagst du fühlst dich wohl bei diesem kartenleger denke ich auch dass dir da mehr geholfen ist als wenn du monatelang immer wieder mit sicherheit auch auf anderen kanälen die videos anschaust die für die kollektivenergie sind ja es kann nicht jeder in resonanz gehen bei einer kollektiv legung weil wie gesagt sonst wäre ich ja der berühmteste kartenleger der welt dann würde ich mich selbst nehmen und um die welt reisen und nicht überall her zeigen aber das gilt für dich und auch für andere die auf anderen kanälen ja sich quasi beschweren dass sie ja nichts eintrifft na also in einer kollektiv legung musst du wirklich fühlen und spüren dass es für dich stimmig ist ansonsten empfehle ich dir wirklich bei dem kartenleger deines vertrauens ein reading zu buchen der dann ganz präzise und exakt auf deine situation eingeht und dir dann auch hilft und ich auch unterstützen kann also das wollte ich jetzt auch noch mal loswerden ja totaler blödsinn ich bin ja nicht böse ich verstehe deinen frust deine verzweiflung ist alles gut kein problem aber du solltest vielleicht mal nachdenken vielleicht mal auch mal irgendwo eine legung zu buchen wo man dir dann ganz persönlich wenn es ich bin freue ich mich natürlich wenn es jemand anders ist das musst du fühlen das musst du spüren du musst sagen der kartenleger da habe ich ein gutes gefühl da werde ich mir jetzt mal die karten legen lassen also nur mal so da nebenbei das gilt auch für andere die da immer schauen denken ach jetzt ist schon wieder nichts passiert nur meine empfehlung so und jetzt habe ich auch schon viel zu lange geredet in diesem sinne zitiere ich lieber den herrn müller kannst du mal auf den punkt kommen ey mein gott ja mache ich auch die spiegel legung momentan gibt es überall kommentare da ist alles zu viel für mich aber gut meine lieben mitglieder und ach du scheiße schaut euch mal das an was ist denn hier passiert patrick also so kann ich kann jetzt geht bestimmt gleich wieder ein kommentar kannst du nicht mal die karten richtig hinlegen was ist los mit dir dort ist doch alles gut entspannt euch also wollen wir doch mal schauen ich erkläre es mal eben kurz die spiegel legung ist eigentlich so aufgeteilt aufgebaut dass man mein gott eigentlich zwei ja zwei bereiche hat ja zum einen ist das hier die seite der frau und zum anderen ist es hier die seite des mannes ja das ist quasi gespielt einmal hier einmal mann einmal frau warum ist das so weil man hier in der spiegel legung eigentlich relativ gut sehen kann wo ist denn hier der wurm drin ja ist es in der kopfebene in der gedankenebene ist es in der herz ebene in der gefühlsebene wie sind die tendenzen wie sind da so die haupt energien und wir haben heute hier ein relativ interessantes deck bekommen und das werde ich euch jetzt auch mal zeigen wir haben ja hier diese reihen hier oben das ist die gedanken ebene die kopfebene dann haben wir hier in der die herz ebene was fühlt er was fühlst du und wie sind denn eure tendenzen wenn ich mir schon die haupt energien anschaue rechts und links außen das sind die unterseiten der kartendecks nach dem mission dann ist bei dir liebe frau hier schon mal der fuchs aufgetaucht sondern der fuchs ist ja immer so eine karte wo man sagt vorsicht achtung aufpassen hier stimmt irgendetwas nicht na der fuchs ist auch lug und betrug so bei ihm an der haupt energie ist der mond gefallen in dieser spiegellegung bei dir so ein bisschen aufpassen vorsichtig nicht so leichtsinnig sein und bei ihm der mond die psyche die ängste die wünsche die gedanken das innerste emotionen intuitionen also hier geht sehr viel ums denken um entscheidungen um uns überlegen und ich sehe schon auch bei dir in der kopfebene hier da ist schon so eine last da also das kreuz ist ja grundsätzlich erst mal so eine karte für eine last eine belastung eine schwerte aufgabe irgendwas drückt da so ein bisschen und da geht es auch ja um die beziehung der ring die karte der partnerschaft die dinge laufen rund wunderbar alles schön so soll es ja sein und da ist auch noch mal der mond gefallen bei dir liebe frau klar in der kopfebene der mond du bist auch hier viel am grübeln am denken ja was ist denn was macht ihr denn was tut er denn was ist ein nächster schritt ja also ich sehe bei beiden hier sehr viel denken bei dir so die warnung mit draußen pass mal lieber ein bisschen auf aber warum ist das so ich sehe es hier oben schon wir haben hier in der mitte da sind die fische gefallen bei ihm in der kopfebene bei ihm geht es um partnerschaft und gefühle ja seine gefühle sind da gerade so ein bisschen hin und her gerissen weil auf der einen seite bist ja du gefallen am du schaust auch auf die fische drauf also er weiß schon dass du gefühle für ihn hast aber da ist auch noch jemand anders der gefühle für ihn hat weil hier an der stelle auch mal die schlange gefallen ist na die schlange gerne auch mal die rivalin im lennomor kartendeck eine andere frau ja also und beide schauen so ein bisschen auf die gefühle also hat dieser mann gerade eben so ein bisschen das problem dass er sich zwischen zwei frauen wahrscheinlich entscheiden muss oder da ist eine frau die ihm die beziehung zu diamant macht na also da ist er im kopf schon so ein bisschen durcheinander am hin und her überlegen und das heißt natürlich für dich in der kopfebene auch ja wie belastend na das ist schwer das ist belastend das nervig ja das regt ein auch förmlich auf man hat hier auch ängste na hier ist der betrug da draußen also irgendwie scheint es mir hier so als müsste dieser mann endlich mal eine entscheidung treffen für sich selbst und natürlich auch für dich dass du hier so ein bisschen aus dieser belastung rauskommst was wir noch haben in der herzebene ja da scheint alles klar zu sein bei dir also dein herz sagt schon ich möchte diese reise antreten ich möchte diese reise machen ich möchte mich ihm öffnen ich möchte dass er sich dir öffnet mir öffnet und ich möchte mit ihm ins wachstum gehen der baum die karte des lebens des wachstums der stabilität kammer karte na also hier im herzen bei dir schaut es schon mal sehr sehr schön aus du fühlst also das richtige was er so ein bisschen im herzen hat ja das ist das was du im kopf hast also da er ja hier oben so ein bisschen hin und her gerissen ist und komplett in gedanken ist sagt sein herz schon mensch kollege entscheide dich doch jetzt endlich mal hier liegen die wege drin das ist ja also eine karte für einen weg den man geht für eine entscheidung die man trifft ja und hier auch das kreuz bei ihm es ist eine schwere entscheidung na wäre ja schöner wenn er sich einfach nur für dich entscheiden würde na da wäre das leben viel einfacher aber nie gefühlt ist er da auch so ein bisschen hin und her gerissen hier geht es aber darum wem gegenüber bin ich loyal na der hund loyalität freundschaft treue dass man sagt okay ich überlege wem ich hier treu sein will und das fällt mir eigentlich echt schwer momentan die schlange macht ihren job scheinbar recht gut na oh was für ein toller videotitel naja vergesse ich sowieso wieder also dem bin ich hier treu welche entscheidung treffe ich ja es ist hier oben eigentlich schon gar keine tendenz erkennbar bei ihm weil ich sehe einfach dass er hier hin und her gerissen ist und im herzen weiß er gar nicht welchen weg das er gehen soll aber da dein herz auf jeden fall auf kurs ist wenn ich jetzt hier schon das schiff liegen sehe schau mal hier mal bei dir in die tendenzen rein da kann man gleich in der seemannssprache bleiben bei dir wie geht es denn da weiter der stern der anker die liebe also hier der stern klarheit fülle wunscherfüllung da ist auf jeden fall mehr drin ja da da schaut es mir schon so aus als würde diese belastung da oben verschwinden und du kannst hier irgendwie schauen dass du mit ihm in die sicherheit kommst ja oder beziehungsweise kannst du das erwarten der anker die liebe eine sichere nummer auf deutsch gesagt na stabilität halt festigkeit die liebe die wunscherfüllung also wenn ich deine tendenzen sehe kann ich mir auch arm an einem an einer hand abzählen ja für wen er sich hier entscheiden wird weil seine tendenzen sind eigentlich auch ganz gut hier liegen die brücken verbindung zwischen menschen verbindung zwischen themen ja auch hier das stern gefallen klarheit fülle wunscherfüllung und der ding ja das ist ja die karte der partnerschaft also nachdem deine tendenzen sehr sehr schön ausschauen ja gehe ich mal von aus zu wissen in welche richtung seine auch gehen werden weil er hat hier auch ja den richtigen weg die richtige verbindung die die wunscherfüllung und die partnerschaft liegen also da schaut es auch gut aus ich würde mal sagen ja gerade noch mal so die kurve gekriegt na der gute mann weil hier oben schaut es mir schon sehr kritisch aus nicht ausgelegt habe mir schon gedacht oh gott der fuchs der mond das kreuz die schlange da habe ich mir gedacht oh mein gott das wird ja mal wieder eine tolle legung aber es schaut mir schon so aus als würde der gute mann dann doch noch wissen wo sein platz ist seht ihr jetzt habe ich gerade gesagt ist doch ein toller videotitel und schon habe ich ihn wieder vergessen jetzt nicht zu fassen naja ist auch egal mir fällt schon wieder was schönes ein und auf jeden fall wollte ich sagen meine lieben jetzt kommen doch ich hatte jetzt noch mein programm herunter auch aufgrund meiner einführung vorab im video wenn du ein persönliches reading möchtest bei mir oder eben auch bei einem anderen kartenleger dann melde dich bei mir meine nummer ist unten in der infobox ich freue mich wenn ich von dir hören darf dann höre ich mir an worum es dir denn da ganz genau geht dann gehe ich natürlich auch ein ganz spezielles thema ein um dir zu helfen da würde ich mich freuen wenn ich von dir höher wenn du abonnent werden möchtest ja dann kannst du das gerne tun dann freue ich mich natürlich wenn ich dich im schönen kreis des der mitglieder begrüßen darf so jetzt funktioniert meine abo animation nicht mehr da ist er wieder also dann freue ich mich wenn du dabei bist in der lieben angel readings community und ansonsten ja wenn euch das video gefallen hat zeigt es mir gern mit einem daumen drauf und bis dahin bleibt gesund seid lieb zueinander ja und wir sehen uns dann beim nächsten video servus